Ja, moin moin meine Naruto-Freunde. Wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört? Begib dich hier hin zum Trainingsplatz. Okay, mir wird nichts angezeigt. Wo ist der Trainingsplatz? Hier ist noch Mecha-Naruto. Den könnten wir mal noch ansprechen, aber das haben wir jetzt das letzte Mal gemacht. Gespeichert haben wir eigentlich auch. Gibt es hier denn noch was? Um am Hauptkampf teilzunehmen, brauchst du ein Zwei-Personen-Team. Ja, die Wahl des richtigen Partners ist entscheidend für den Ausgang des Turniers. Ja, wir haben hier einen tatkräftigen. Mal schnell nochmal anquatschen. Seufz. Okay, das war alles. Ich gehe einfach mal hier raus. Ich gehe mal davon aus. Hier geht es lang. Wir müssen zum Trainingsplatz, Leute. Nein, Musik. Ganz chillig. So, Pilze, Pilze, Pilze. Gebär, die ganzen Staff hier. Rabattgutscheine haben wir bekommen. Oh, ist das schwer, ne? Er schüttelt sich da ein von der Palme. Ja, damit. Danke, danke. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Okay, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Zum Trainingsplatz. Okay. Wir sind angekommen. Hä? Als nächstes ist der Hauptkampf dran. Da müssen wir viele... Aber für die Hinata hängt es... Ja, okay. Selbstverständlich. Für Hinata gibt man alles. Hä? Naja. Egal was. Zeit für den Hauptkampf zu trainieren. Okay. Und nur? Okay. Genau. Niemand mehr in der Nähe, Leute. Was ist da los? Vor der Hinata. Ist in den Hauptkampf geschafft. Okay. Mädchen? Das kann ein Kinderschwester sein. Ich weiß aber... Er hat wohl auch klar, wenn dieser seltsame Typ bei ihm ist. Okay. Ein seltsamer Typ. Von wem redest du denn da? Ich weiß nicht recht. Er ist nun... Irgendwie wirkt er... ganz normal. Haben die ein Problem mit mir? Leute. Finde ich nicht nett. Moment mal. Das ist er doch. Ja genau. Hä? Hä? Seltsame Musik auch gerade, ey. Das zurecht. Irgendwie stimmt da... nicht. Okay. Kommt Naruto doch nicht in die Quere, oder? Na ja, ich denke, er wird schon zurechtkommen, okay? Ich bin nicht seltsam. Äh, warum bin ich eigentlich der Einzige, der immer so behandelt wird? Aha, das kennt man auch irgendwoher, Leute. Ich sah mal Naruto klein. Niemand erkennt meine wahre... mein wahres Ich. Fräulein Hinata hat auch nichts für mich übrig. Oh mein Gott. Sie ist... Sie hemmelt Naruto an. Hahaha. Warum ist Naruto nur so beliebt? Warum nur... blicken alle zu ihm auf? Er sprachlos. Naruto wird von allen akzeptiert. Ja? Dabei bin ich doch... Dabei bin ich doch? Ja? Ja? Naruto sumaki. Okay? Oh jetzt! Oh, oh, oh. Guck mal wie schnell der rennt, alter. Ah, nah, nah, tauscht. Ah, nah, tauscht, komm! Ah! 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 Das war's für heute. und ich habe es nicht so gut, dass wir uns zusammen kämpfen müssen. Aber erst mal, bis zum Ende des Jahres ist es 9000. Du hast... 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 Du wirst... Du hast... » « » « » » Das war's, oder? Das ist mein Körper. Ich denke, es ist nicht so, dass ich mich nicht bewegt. Aber ich habe mich mit dem Körper auf jeden Fall gebraucht. Ich habe es geschafft! Ich habe es nicht so, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich werde mich jetzt in der Zeit, dass ich mich nicht verletzen werde. Oh, das ist mein Körper. Ok Da werden wir jetzt Das finde ich aber nicht nett von ihm Was er da macht Hält sich Fräulein Hinata Im Dorf auf Ja das weiß ich doch nicht Das finde ich gar nicht nett Ganz ehrlich Was jetzt hier auf einmal los ist Dass er mich auf einmal hintergeht Da bin ich mal gespannt Das entwickelt sich langsam Zu einer interessanten Story Wo ich mir jetzt das sage Ja da haben sie sich auf jeden Fall Mühe gegeben Das wäre jetzt nicht direkt so mit Naruto Das ist was so nebensächlich Aber ich finde es geil Da bist du ja Fräulein Hinata Oh mein Gott Darf ich schon verraten eigentlich Hä? Ja Denk nicht darüber nach Mechanahuto hat uns geratet Den Brocken hin Okay Okay Was? Das bedeutet du kannst jetzt mit mir zusammen ein Team bilden Hinata Aber warum so plötzlich? Ich möchte nachher du war doch Naja er hat gesagt er hätte noch was anderes zu erledigen Weißt du? Wirklich? Haha Wirklich? Er hat der Hinata Ja der Hinata Ich möchte mit dir zusammen den Hauptkampf bestreiten Na ja wenn du das so sagst Naruto Ja fantastisch Diese Puppe Die hier die ist ähm genau die hat er mir gegeben um mir das allerbeste zu wünschen okay Wirklich? Ja deshalb wollen wir für in dieses Bestes gehen Ja komm wir geben unser Bestes Moment mal Geht Geht es dir gut? Irgendwas stimmt doch hier nicht Gar nichts stimmt hier Nein Warte Gar nichts stimmt hier Nicht Ich bin nur einfach sehr froh Okay Ja dann Ich werde mein Bestes geben Okay Jetzt geht es bestimmt mit Mechern da Ruder Am nächsten Tag Was zum warum wie Moment mal wo ist denn mein Körper Geht hier vor Okay Wenn ich das so sehe Macht er eigentlich fast auch genau die gleichen Zeichen wie Ginyu Von Dragon Ball Merkwürdig Aber naja Ist halt mal was witziges Was Neues Ich weiß nicht was er eigentlich vorhat Aber Ich muss auf jeden Fall meinen Körper zurückbekommen Okay Verdammt nochmal dieses Hier ist so Ist von schwer zu bewegen Ist das mir dann benachteiligst und so Leute Oh mein Gott alter Ich werde mal schnell speichern Wenn es geht Okay es geht Nein Speichern So Und ich kann nicht sprinten Dass ihr euch jetzt nicht wundert Weshalb ich jetzt hier gleich so lahmarschisch laufen werde Schneller geht es nicht Ich habe schon Top Speed Mit Nuss Lachgas einspritzen Habe ich schon aktiviert Anders aber Schneller geht es nicht Leute So wir müssen eigentlich nur so schnell wie möglich China da finden Ein bisschen mit der quatschen Dann läuft das schon wieder Hoffe ich zumindest Das ist ja doch schon wieder Was macht der denn hier im Dorf Hä Hä Wie gruselig Du musst dich nicht fürchten Ich bin kein Schritt näher Irgendwie ist das mir aufgefallen Nachdem ich in diesen Körper stecke Aber So alles hat man ihm immer noch Angst Ja Ja das war halt Der Der schläft jetzt genau Seine Kindheit eigentlich nochmal Würde ich so sagen Ja Damals also Okay Jetzt kann ich auf jeden Fall wieder sprinten Langsam ist er ja wenigstens gut So wo muss ich denn jetzt lang Ich laufe einfach mal hier lang Ich weiß nicht ob ich hier lang muss Das haben sie anscheinend eingesperrt Dass ihnen hier irgendwie eine Wegmarkierung Gesetzt wird Aber ich bin ja Mittlerweile flott unterwegs Würde ich mal sagen Und so Ich habe keine Ahnung wo ich hin muss So Das ist das was mich ein wenig bei den Naruto hier stört Da 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 Okay Diese Pakete Okay Sie sind überall verstreut Okay Jetzt soll ich nicht wirklich Pakete ausliefern Was für andere Dinge kümmern Was machen wir bloß Shikamaru Sakura Shikamaru Ich bin es Musst du doch wissen Naruto Samaki Da stehst du doch Unsinn Du bist ja Noch nicht nur ein Mensch Ich weiß es Seltsam Weil Weil ich jetzt so bin Aber eigentlich bin ich Ziemlich verdächtig Oh mein Gott Nein nein Schwierigkeiten machst Dann kannst du das auf Fast machen Okay Nein nein Ich will nicht Ah ja Ich muss jetzt die Kisten wegbringen Leute So Jede Menge Quatsche wieder So beim Hauptkampf zu sehen Okay Ja Moment mal Wenn ich darüber nachdenke Der echte Naruto ist mit Hinata beim Hauptkampf Dann bist du Solltest mich nicht so erschrecken Wenn ich das mal so sehe Hat der Naruto immer diesen roten Punkt auf dem Hintern Oder ist das nur beim Mesha Naruto Irgendwann ist sowas Sehr sehr merkwürdiges Sehr sehr merkwürdiges So was Okay Man dieses Gequatsche Leute Ich will ja liefern okay Hm Genau Das wird die Zeit Andere Und diese Lieferung Fressen uns Die ganzen Tag auf Hm Was Wenn ihr Hilfe braucht Ich kann helfen Hä Was Was Ja genau Ich will sagen Ihr beide Kümmert euch Um die Lieferung Ich übernehme Die andere Missionen Ich will ja Okay Was wäre dabei für dich Okay Ja Oh mein Gott alter Leute Ich würde es ganz einfach nur überspringen Leute Das macht einfach mit dem Quatsch hier keinen Spaß Das macht mir wirklich keinen Spaß Leute Ja Hier ist so viel zu lesen und alles Dass sie das nicht einfach quatschen können Manchmal quatschen sie manchmal nicht Verstehe ich nicht Haben sie sich wirklich wieder die Synchrosprecher gespart hier Einen sehr großen Minuspunkt für dieses Spiel Muss ich sagen Okay So abgemacht Also dann nimm Ja Dann Verzeichnet was Ja Okay Alles klar Ich werde mein Bestes tun Ja Was für ein seltsamer Typ Aber vielen Dank Okay So geht es jetzt endlich mal weiter Leute So Arbeit erledigen Okay Sakura Auftragsagentur Im Zentrum des Dorfes Bemühe dich Alle Arbeiten zu erledigen Oh mein Gott Alle Arbeiten Das heißt noch nicht mehr Dass es der erste ist Oh mein Gott Leute Oh mein Gott Aber ja Wir haben gespeichert Ich werde hier einen Cut machen Wir hören uns dabei im nächsten Mal Oder wir sehen uns beim nächsten Mal Oder wir sehen uns bei einem anderen Projekt Ich hoffe ihr habt trotzdem Spaß gehabt Trotz dieses ganze Gequatsche wieder Es hat sich natürlich jetzt das eine oder andere neue übergeben Dass wir jetzt Mesha Naruto sind Obwohl wir der echte Naruto sind Und Ich bin gespannt wie es weiter geht mit der Story Ich hoffe ihr auch Und dann sehr schaut rein Und die Liebe Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal